Nie im Leben hätte ich gedacht, mal so eine Schlagzeile zu lesen, aber ich denke, dass wir uns im besten Deutschland aller Zeiten noch an so einige nicht nachvollziehbare Urteile und Nachrichten in der Zukunft gewöhnen müssen. Das Gesetz zu Kinderehen ist verfassungswidrig. Im Rahmen der Flüchtlingskrise hat die Große Koalition im Jahr 2017 ein Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen erlassen. Das Problem war, dass es Flüchtlinge gab, die ihre minderjährigen Ehefrauen im Alter von deutlich unter 16 Jahren im Ausland unter islamischem Recht geheiratet haben und dann mit ihnen nach Deutschland geflohen sind. Die gute Nachricht aber zuerst, obwohl das Bundesverfassungsgericht das Gesetz von 2017 für unverhältnismäßig erklärte, bleibt es bei der generellen Unwirksamkeit von Kinderehen. Das heißt, Kinderehen sind jetzt nicht plötzlich erlaubt. Soweit, so gut. Also, wenn jemand im Ausland heiratet und eine der beiden Personen ist unter 16 Jahre alt, ist das weiterhin automatisch in Deutschland unwirksam. Das klingt ja erstmal positiv, dachte ich. Mich hat es auch für den Bruchteil einer Sekunde beruhigt. Dann habe ich mir bei dem betroffenen Fall aus Aschaffenburg genauer angesehen. Es ging damals nicht bloß um die Anerkennung einer Eheschließung aus Syrien, wenn auch letztlich genau das im Urteil steht. Es ging im Endeffekt um Unterhaltsbestimmungen. Ein 21-jähriger Syrer ist mit seiner 14-jährigen Ehefrau im Jahr 2015 nach Deutschland geflohen. Kurz nach ihrer Ankunft wurde die unbegleitete Minderjährige in die Obhut des Jugendamtes genommen. Unbegleitet deswegen, weil keine Eltern dabei waren. Ihr Ehemann hat sich dann im Dezember 2015 an das zuständige Amtsgericht gewandt und eine Überprüfung der Inobhutnahme sowie die Rückführung der Betroffenen, also seiner Ehefrau an ihn, beantragt. Im Endeffekt ging es um die Vormundschaft und eben Umgangsrechte. Das Gericht hat die Ehe im Jahr 2016 dann anerkannt, nachdem Unterlagen aus Syrien die Rechtmäßigkeit dieser Ehe belegt haben. Zudem wurde recherchiert und es wurde auch eine Zwangsehe ausgeschlossen. Nach § 1778, Bürgerliches Gesetzbuch, wurde der Vormund dann durch das Gericht ausgewählt. In dem Fall der Ehemann der 14-Jährigen. Es sei auch ihr erklärter Wille gewesen, bei ihrem Ehemann zu bleiben. Also sie wollte das anscheinend. Und im Hinblick auf die anerkannte Wirksamkeit der Ehe hat das Jugendamt dann keine Entscheidungsbefugnis mehr gehabt über die Frage, wo sich diese minderjährige Ehefrau, das 14-jährige Mädchen dann auffällt und mit wem sie Umgang hat. Das Jugendamt hat dagegen dann Beschwerde eingelegt. Das war alles vor 2017, bevor das Gesetz in Kraft trat. Als dieses Gesetz dann in Kraft getreten ist und wir wissen ja, dass die Mühlen unseres Rechtssystems sehr langsam mahlen, wurde das Verfahren ausgesetzt. Das jetzt erst mal so lange, bis das Bundesverfassungsgericht ein Urteil zu diesem neuen Gesetz gefällt hat. Da geht es dann eben darum, ob dieses Gesetz verfassungswidrig ist oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt ein Urteil gefällt. Das pauschale Verbot von Kinderehen verstößt gegen das Grundgesetz. Das heißt, das pauschale Verbot. Im Umkehrschluss bedeutet das nicht automatisch, dass alle Kinderehen plötzlich legalisiert werden. Aber dazu komme ich gleich. Es gibt gleich mehrere Probleme mit diesem Urteil. Nicht aus juristischer Sicht, denn davon habe ich, um ehrlich zu sein, wenig Ahnung. Aber es gibt ein paar andere Probleme. Erstmal gibt es einen Unterschied, ob eine Ehe automatisch unwirksam ist, wenn diejenigen nach Deutschland durch verschiedene andere Länder geflohen sind, oder ob diese Ehe aufgehoben wird. Diese Aufhebung ist dann eine Einzelfallentscheidung. Die Unwirksamkeit besteht automatisch, sobald sie nach Deutschland einreisen. Wird eine Ehe aufgehoben, dann entstehen daraus Ansprüche. Das ist auch das Argument von einigen Kinderschutzorganisationen, weshalb es wichtig ist, dass es bei Einzelfallentscheidungen bleibt und nicht eine generelle Unwirksamkeit gibt. Ein Argument für eine Einzelfallentscheidung und gegen ein generelles Verbot sind Unterhaltsansprüche, Erbe- oder Rentenansprüche. Und man mag mich jetzt vielleicht für naiv halten, aber wenn wir von einem Kind von unter 16 Jahren ausgehen, welches aus Syrien geflohen ist, dann zahlt für ihren Aufenthalt hier erstmal der Staat. Es gibt niemanden sonst, der hier Unterhalt zahlen kann. Auch nicht der Ehemann, mit dem sie hierhin geflohen ist. Denn er selbst wird vom Staat erstmal alimentiert. Diese möglichen Ansprüche auf irgendwelche Renten oder ein Erbe oder Unterhaltszahlungen sind für mich Scheinargumente. Schauen wir uns dann das Beispiel mit den Syrern an. Wer zahlt denn im Fall einer Aufhebung so einer Ehe den Unterhalt? Im Jahr 2021 haben 65% der Syrer hier Hartz IV bezogen. Also wie soll so jemand Unterhalt bezahlen können? Und dann muss man auch noch berücksichtigen, dass es wahrscheinlich nicht bei diesen 65% bleibt, denn diejenigen, die Integrationskurse oder irgendwelche Berufssprachkurse besuchen, die gelten nicht als arbeitslos, sondern als Unterbeschäftigte. Wir haben jetzt schon das Problem, dass sich diverse Verfahren über Jahre hinziehen, teilweise so lange, dass die Betroffenen währenddessen die Volljährigkeit erreichen und die Verfahren dann eingestellt werden. Die Zahlen von 2020 zeigen, dass seit Inkrafttreten des Gesetzes im Juli 2017 104 Verfahren zur Aufhebung einer Ehe wegen Minderjährigkeit geführt wurden. In elf Fällen davon wurde die Ehe dann tatsächlich aufgehoben. Die anderen Fälle wurden nicht aufgehoben, weil sich laut Justizministerium um das Vorliegen eines Härtefalls gehandelt hat oder die Rückkehr ins Heimatland oder eben wie schon erwähnt die eingetretene Volljährigkeit in der Zwischenzeit. Und dann gibt es auch gar keine bundeseinheitliche Zuständigkeit. In vielen Bundesländern sei laut Maria Bömecke von Terre de Femme überhaupt nicht klar, welche Behörde hier zuständig ist. Es gibt keine Statistik dazu. Das bedeutet, wir wissen bundesweit überhaupt nicht, wie viele Ehen hier für unwirksam erklärt werden und von welchen Behörden das verzogen wird. Eine witzige Sache noch. Die durchaus fähigen Richter in Karlsruhe vermissen derzeit unter anderem die Möglichkeit, die Ehe nach Erreichen der Volljährigkeit, auch nach deutschem Recht, als wirksame Ehe führen zu können. Ja, das klingt genauso absurd, wie es ist. Die Vorschrift soll bis 2024 überarbeitet werden. Ich werde aber nachfragen, wie man sich das genau vorstellt. Wenn wir jetzt in einem Fantasieszenario annehmen, die neunjährige Aishe hat mit dem 40-jährigen Mohammed die Ehe vollzogen und beide sind jetzt nach Deutschland gekommen, ohne ihre Eltern. Soll es dann irgendwie die Möglichkeit geben, dass sie entweder nach sieben Jahren, also wenn sie 16 ist, oder nach neun Jahren, wenn sie 18 ist, dass sie die Ehe dann einfach wieder aufnehmen? Drückt man in der Zwischenzeit einfach auf Pause? Was passiert in dem Zeitraum? Und aus welchem Grund sollte das mit in dieses Gesetz aufgenommen werden? Ich verstehe es nicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wenn ihr noch mehr Inhalte der Krautzone konsumieren wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Code MORGENSTERN 10% auf ein Abo des Magazins zu erhalten. Das müsst ihr dann im Bestellprozess auf der Webseite einfach mit eingeben. Damit tut ihr mir und auch dem Team der Krautzone einen kleinen Gefallen. Und ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand, was den Wahnsinn im besten Deutschland aller Zeiten angeht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt gerne einen Kommentar, was ihr von dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts haltet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.